So, ich stelle euch heute den Küchenhygienereiniger von Cimaco vor. Dieser trägt auch das Eco Plus Label. Das bedeutet, dass er geringe Auswirkungen auf die Wasserorganismen hat. Er ist biologisch abbaubar und gering im Verbrauch. Das wiederum ist gut für die Umwelt, aber auch für den eigenen Geldbeutel. Der Küchenhygienereiniger wendet man vor allem, wie der Name schon sagt, in der Küche an. Also um Mikrowellen, Kühlschränke, Tiefkühltruhen, aber auch Geschirrspülmaschinen keimfrei zu bekommen und zu reinigen. In der Spülmaschine entfernt der Leichtsauereiniger auch Kalkfleck. Toll ist auch, dass er dermatologisch getestet ist, also gut für die Haut. Und den Küchenhygienereiniger könnt ihr neben der Anwendung der Küche auch noch bei Kinderspielzeug anwenden. Denn er ist frei von Farb- und Geruchsstoffen. Genau, und gerade bei so Spielringen, wenn die Babys die öfters mal im Mund haben, könnt ihr es damit einfach mal wieder reinigen. So, ich zeige euch jetzt noch kurz die Anwendung. Den Küchenhygienereiniger sprüht ihr einfach zweimal auf ein trockenes Profituch. Mit dem Profituch, ich zeige euch gerade die Anwendung hier bei mir im Kühlschrank, geht ihr einfach über die entsprechende Stelle drüber, die ihr reinigen wollt. Wichtig hier ist zu sagen, dass es Profituch trocken ist und dass im Anschluss eben ein Nachwischen mit Wasser überhaupt nicht notwendig ist, sondern ihr geht einfach hier mit dem Reiniger drüber, habt es dann sauber und keimfrei und habt dann euer Reinigungsergebnis auch schon wieder erzielt, ohne nochmal zusätzlich Aufwand zu betreiben. Vielen Dank.